So, was geht ihr Freunde und Schatz? Willkommen zu der weiteren Folge eines Deckprofiles. Ja, und ich wollte euch zwar heute mal zeigen, mit welchem Deck ich auf der YCS Dortmund gespielt habe, und zwar mit Dracoslayer. Ja, es lief ganz okay, aber dazu würde ich dann auf jeden Fall kommen, wenn wir mit den Matchups besprechen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir können einfach mal direkt zu dem Deckprofile rübergehen. So, und dann sind wir hier auch schon bei dem Deckprofile an sich. Und da würde ich einfach mal direkt rein starten mit der Basic Dracoslayer-Engine, die man eigentlich immer spielen sollte. Und zwar dreimal den Zünderphönix. Der Draco-Bezwinger, dreimal Majestic Pegasus, der Draco-Slayer, dreimal Dynamite, der Draco-Slayer, dreimal Luster-Pendalum, der Draco-Slayer, und einmal Meister-Pendalum, der Draco-Bezwinger. Den spiele ich auf drei, weil ich finde, ein Tuner auf drei ist sehr wichtig für dieses Deck. Und der auf eins reicht komplett aus. Man kann natürlich auch überlegen, zwei zwei zu machen, weil der kann ja aus dem Deck einen Tuner beschwören. Einen Draco-Slayer beschwören, der als Tuner behandelt wird. Aber ich finde, der ist trotzdem richtig, weil du so kannst du einfacher an die Synchro drankommen, an die hier oben genau zu sein. Und hast auch einfacher Zugang allgemein zu anderen Synchro-Plays. Und der reicht auf eins komplett aus, weil der ist letztendlich besser. Er kann ein Brick sein, muss nicht. Aber ich finde auch, sein Pendle-Scale-Effekt ist wesentlich besser als seiner, weil er addet das Monster, was er zerstört, nochmal auf die Hand des gleichen Monsters. Und da ist der wesentlich besser als der, weil der zerstört nur. Also, daher finde ich, das ist in dieser Ratio absolut perfekt. Und die auf alle auf drei, weil die sind alle gut. Der Special, den aus der Ex-Elektion oder auch den, je nachdem. Wenn der den zerstört, Special, der einen aus dem Deck, der kann generische Field Spells suchen. Und deswegen ist diese Karte halt komplett busted. Welche Targets wir da haben, das seht ihr dann später von dem Main-Deck her. Und was ich noch im Side-Deck an Field Spells gespielt habe, gegen bestimmte Match-Ups. So, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Extendern, die ich gespielt habe. Unter anderem einmal Magister Raccoon. Weil der kann einfach den Magistic Pegasus suchen. Und das ist halt relativ praktisch. Und der kann halt auch vor allem nicht als Ziel für Karten-Effekte gewählt werden, weder noch durch die zerstört werden. Was relativ praktisch ist, das heißt, er ist Whaler und Imperm-Safe. Das heißt, er kann eigentlich nur geasht werden. Das fände ich maximal nice. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Odd-Eyes-Magician-Performable-Package, das man da drin spielt. Ja, das spielt man nämlich auch, weil das halt sehr gute Externer-Sachen sind. Und da spielen wir unter anderem einmal dreimal Odd-Eyes-Revolution-Dragon. Zweimal Harmonizing-Magician. Zweimal Lylatoxin. Und zweimal Schädel-Kobat-Klauen. Und dazu würde ich einfach direkt nochmal ein Afei-Bot legen. Und einen Astrograph-Medition. Warum spiele ich Schädel-Kobat-Klauen auf zwei? Ganz einfach, weil für mich habe ich beim Testing gemerkt, der ist ein Brick zum Teil. Man will ihn nicht zu oft ziehen, vor allem nicht mit den Raccoon zusammen. Weil das sind beides Normal-Summons, die man in der Regel nicht sehen will. Das Licht ist ein bisschen zu hell, meiner Meinung nach, gerade. Ähm, ja. Also ich finde, das ist in dieser Ration relativ gut. Weil Afei-Bot kannst du dir mit Beyond the Pendulum einfach suchen und damit einfach an den Schädel-Kobat-Klauen rankommen. Das heißt, man kommt eigentlich immer an den Afei-Bot dran. Und Harmonizing-Magician reicht auf zwei komplett aus. Man kann ihn auch überlegen, auf drei zu spielen. Aber dann, Lylatoxin auf zwei ist meiner Meinung nach komplett ausreichend. Und der hier ist halt richtig stark in diesem Deck. Weil sowohl sein Pendel-Scale-Effekt als auch sein normaler Effekt sind beide von Nutzen. Sein Abwurf-Effekt besagt, du werfst ihn ab, zahlst 500 Life-Points und kannst dann einen, ähm, Drachen-Pendel-Monster an den anderen hinzufügen. Und wir haben halt einige Drachen-Pendel-Monster in diesem Deck. Was unter anderem vor allem auch der Luster-Pendulum ist. Der ist ein Drachen-Pendel-Monster, was du dir damit suchen kannst. Und das normale Monster ist auch ein Drachen-Pendel-Monster. Das kannst du dir auch also damit suchen. Und sein Pendel-Scale-Effekt besagt, du kannst ihn in der Pendel-Scale, du kannst einen Synchro-Fusion-Exis-Drache in deinem Friedhof wählen. Es dann spezialbeschwören. Und dann wird diese Karte in der Pendel-Scale zerstört. Und die hier sind alles Drachen-Synchro-Exis-Pendel-Monster-Bla-Bla-Bla. Wie man es einfach fragen will. Und deswegen ist diese Karte halt richtig dumm. Und Astrographs sind ein netter Extender zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, ich hab jetzt A-Failbot schon auf der Hand. Und dann kann man sagen, so, okay, dann suche ich stattdessen einfach Astrograph. Was halt in dieser Situation meiner Meinung nach relativ cool ist. Und wie gesagt, Stere-Kobat-Clown ist in dieser Ratio meiner Meinung nach kaputt ausreichend. Was einzig, was ich ändern würde, ist vielleicht Harmonizing auf 3. Aber das muss auch nicht sein, meiner Meinung nach. Oder der Astrograph. So, und dann kommen wir aber nochmal zu ein paar weiteren Extendern. Beziehungsweise zu ein paar Engines, die ich noch gespielt habe. Und dazu kommt einmal, dreimal Kastierer Fenrir. Zweimal Upgrade Schauspieler-Vorspieler. Und noch einmal die Artefakt Sense. Fenrir ist in diesem Deck richtig gut. Weil Beyond the Pendel umsagt, nämlich du brauchst nur ein Pendel-Monster. Und nicht 2. Wie bei zum Beispiel Electromite. Und das ist halt richtig nice. Und Fenrir kann allgemein in der Gegend schon dauernd eine coole eigene Aktion sein. Er kann sich selbst suchen. In meiner nächsten Liste würde ich zum Beispiel Upgrade Schauspieler-Vorspieler wegnehmen. Weil man kommt sowieso durch die anderen Konsensis-Karten eigentlich immer in irgendeinem Play ran. Vor allem mit Fenrir in Kombination. Er ist trotzdem nett. Er kann sich halt free aus der Pendel-Scale-Special. So kommt man ganz einfach in Beyond the Pendel um. Aber man will in der Regel mit seiner Draco-Slayer-Kombo in Beyond the Pendel umkommen. Und Sense, weil ich einen Sense-Log gespielt habe. Also der ist schon lustig. Wenn der durchkommt, können die meisten Decks nichts mehr machen. Das ist halt maximal Bastet meiner Meinung nach. Genauso wie Fenrir natürlich auch. Na komm. Geh weg. So, das war es dann auch mit den Monstern. Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Spells, die ich noch gespielt habe. Vor allem so in der Interaktion des Gegners. Weil wir spielen ja in der Tier-Elements-Meter. Wobei ich überlege, die Karte, die ich jetzt gespielt habe, sogar nicht mehr im Main zu spielen. Sondern was anderes dafür. Und zwar dreimal Dark Ruda No More. Zweimal Triple Tactics Talent. Und zweimal Cosmo-Cycling. Dark Ruda würde ich eventuell nicht mehr spielen. Weil sie ist zwar praktisch zum Board-Breaken. Aber dafür sollte man sie lieber in Side-Decks spielen, meiner Meinung nach. Da würde ich dann vielleicht lieber eine kleine Büstel-Engine spielen. Weil die habe ich nicht gespielt, weil ich zu arm für Büstels bin. Und meiner Meinung nach nicht einsehe, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und dann vielleicht noch einen Triple Tactics Talent mehr zu spielen. Weil die ist wirklich gut. Weil die kann die Gegner Handkarten wegnehmen. Und oder dir noch einen Kartenvorteil bescheren, falls du es gerade brauchst. Und Cosmo-Cycling einfach nervige Back-Roller zu werden. Die ist echt praktisch. Die würde ich eventuell sogar ein-, zweimal Main lassen. Weil das ist relativ praktisch, meiner Meinung nach. So, und dann würde ich direkt mal zu den letzten drei Spells kommen, die wir noch spielen. Und das ist einmal Rota, ganz einfach für den Ignister-Phoenix, äh, für den Zünder-Phoenix, für den hier. Weil der ist ein Krieger, den kannst du damit suchen. Und das ist relativ praktisch, du gehst damit neutral. Und dann die zwei Vier-Spells, die ich noch Main spiele. Und das ist zwar einmal Sky Iris und einmal Necro Valley. Necro Valley habe ich mich einfach für entschieden, weil, äh, halt Tier-Elements, ne? Ja, du kannst aber Tier-Elements komplett hops nehmen, rein theoretisch. Klar, die können immer noch was machen, mithilfe von Scream, Stream zum Beispiel. Und diese Spell, die, äh, schießen kann. Aber wenn du in der Regel dein Negation-Board da liegen hast, dann kannst du auch Spells negaten. Weil du hast dann in der Regel immer Nummer 38 noch aushält, die dann das zum Beispiel negaten kann. Das heißt, wenn du dein Kombo durchgut bekommst, was schwierig ist gegen Tier-Elements wohlgemerkt. Dann ist das Board nicht breakbar für Tier-Elements, meiner Meinung nach. Ja, das war's dann an dieser Stelle dazu. Dann können wir auch schon zum Ex-Elect rübergehen. Und da würde ich einfach mal mit der Draco-Slay-Engine beginnen. Da spielen wir einmal Logistic Paladin, zweimal die Synchro. Ich mach das, glaub ich, mal andersrum, so. Damit man das besser erkennt. Einmal die Synchro und einmal die Fusion. Der ist halt richtig busted. Wohlgemerkt, alle von denen haben einen Soft-Bronze-Pattern. Das heißt, man könnte sie rein theoretisch öfters benutzen. Ihn jetzt nicht, weil er Exis-Materialien dafür braucht. Und in der Regel hast du halt nur einen davon. Deswegen benutzt man ihn nur einmal. Aber die beiden zum Beispiel, die kann man öfters als einmal benutzen, weil die einen Soft-Bronze-Pattern haben. Der kann einen Draco-Slayer aus dem Deck specialen. Der kann einen Draco-Slayer von der Hand oder vom Ritus specialen. Und der kann einen Draco-Slayer oft vom Ex-Elect spezial beschüren. Und die haben alle noch zusätzliche Effekte. Der beschützt alle Panel-Monster auf dem Feld. Der kann, äh, On-Summon sich ein Panel-Monster in der Endphase hinzufügen. Und der kann eine Karte in der Panel-Zone wählen und dann eine Karte nontaglich ins Deck zurückmischen. Was relativ geil ist, weil, wie gesagt, alles ist Soft-Bronze-Pattern. Das heißt, du kannst es rein theoretisch öfters benutzen. So, entschuldige ich den kurzen Cut. Mein Aufnahmeprogramm meinte gerade einfach, die Aufnahme zu stoppen. Wie gesagt, der ist komplett busted. Der kann halt mehrmals ein Zug dann benutzt werden, genauso wie die Fusion. Ich glaube, dazu brauche ich einfach jetzt nichts weiter zu erzählen. Der ist richtig nice. So, und dann spielen wir noch einmal Beyond the Pendulum, weil der kann sich jedes, äh, Panel-Monster suchen. Ähm, in der, äh, in der Main-Combo spielt man den auf jeden Fall dann direkt einmal. Weil, ich spiele einmal IP-Mascarena, weil mit der kannst du in Kombination dann mit Unicorn zusammen benutzen. Und, äh, einmal Deck da, um halt die Sense rauszubekommen, weil dann kann man, ich würde die drei sogar extra zusammen behandeln. Weil du kannst dann mit Deck da natürlich die Sense setzen. Und dann kannst du später halt die Sense poppen. Und dann mit IP auf dem Feld liegt, was entweder, du kannst dich entscheiden, ob du IP hast oder einen Rang-4-X-Ds-Monster. Wenn ich nicht weiß, wogegen du spielst, immer IP. Weil dann kannst du halt die Sense, die du später hast, ähm, mit IP zusammen zu Unicorn machen. Und du hast ja eh eine Handkarte durch das Xyz-Monster. Und das ist halt relativ praktisch, meiner Meinung nach, in dieser Situation. So, weg damit. So, und dann als weiteres Link-Monster für Kombomöglichkeiten. Spielen wir noch einmal Selene. Weil sie kriegt für jeden Spell einen Counter, wozu auch Pendelskates zählen. Und sie kann einen Hexer von Friedhof oder von Herrn Zweischern, wovon wir in der Regel genug haben. Das ist halt relativ praktisch, weil so kommst du dann weitere Materialien dran für weitere Komodo-Enabler. Womit man in der Regel dann auch direkt danach eigentlich in das nächste Link-Monster gehen will. Und das ist halt Weltmeerdrache Cialantis, so. Weil der besagt, bänische alle Monster. Und dann kannst du entscheiden, ob sie in verdeckte Verteidigungsposition, in offener Verteidigungsposition oder in Angriffsposition wieder zurückbeschworen werden. So kannst du halt die ganzen Soft-Rons-Mattern-Effekte von den ganzen Dracos lernen, wieder benutzen. Und das ist halt richtig geil, meiner Meinung nach. Und als letztes Link-Monster spielen wir noch einmal Appelusa. Sie ist halt auch in der Regel ein Monster vom Endboard mit drei Negates. Weil so kannst du nochmal nervige Sachen aufhalten, wie von den Tier-Elements, wenn die versuchen, sich immer noch zu millen und irgendwas zu machen. Kannst du sie halt aufhalten. Und die Bürstels kannst du damit halt auch aufhalten. Das ist halt relativ geil. So, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, womit poppen wir die Sense? Ganz einfach mit Tornado Dragon. Tornado Dragon poppt die dann einfach mal. Man könnte es auch mit Entes machen, aber ich finde diese Möglichkeit ist anders, weil so hat man nochmal einen zusätzlichen Pop für Spelltraps in der gegendischen Runde. Und das ist halt relativ nice, meiner Meinung nach. So, und dann spielen wir noch einmal Abyss-Dweller und einmal an den Baguska. Tier-Elements für alles. Weil wenn du Baguska hindigst, falls du gerade nicht viel machen kannst, du kannst immer irgendwie versuchen, an zwei Vierer anzukommen und immer noch Baguska machen und dann heult der Gegner trotzdem. Weil wenn er den nicht los wird, kann er wirklich weinen gehen. So, und als letztes Monster spielen wir noch einmal Nummer 38. Die kannst du halt aus dem ganzen, äh, aus der, äh, aus der, äh, Synchro und, und, oder Dracos der Fusion machen. Ähm, weil so kannst du zum Beispiel Angriffe mit Bürstels auf ihn umleiten, wenn die versuchen, die Appelouser umzurennen. Und du kannst noch einen Spell-Trap, äh, du hast noch eine Spell-Negate. So kannst du zum Beispiel Lightning Storm jetzt mal angenommen aufhalten. Das ist halt relativ praktisch. So, und dann kommen wir jetzt zum Side-Deck. Da habe ich natürlich noch, ähm, ein paar interessante Optionen gespielt. Unter anderem einmal Axis-Code-Talker. Warum Axis-Code-Talker? Falls ich gerade nicht Sense brauche, kann ich die reinziden. Und dann habe ich halt in der, äh, Golden Second halt eine Netze-Optika-Option, meiner Meinung nach. Also Axis-Code ist in dieser Situation gar nicht mehr so verkehrt. Und dann noch ein paar Field-Spails, die ich im Side-Deck gespielt habe. Unter anderem einmal Geheimes Dorf der Hexer. Einmal Zombie-Welt. Und einmal Mine. Ähm, Zombie-Welt vor allem gegen Flander. Mystische Mine gegen alles. Geheimes Dorf der Hexer gegen jedes Spell-Based-Deck, wie zum Beispiel Runic oder Skystriker. Mine würde ich beim nächsten Mal nicht spielen, weil die hätte ich gar nicht mal unbedingt gebraucht. Weil die anderen Field-Bades regeln eigentlich je nachdem das Match-Up, wogegen man gerade spielt. Also ich finde, das ist relativ gut. Also Mystische Mine würde ich nicht nochmal spielen. So, und dann nochmal zwei Removals in Form von Flederwisch und Cosmo-Cyclin. Einfach noch zusätzlich für Backrow-Decks, wie zum Beispiel Labyrinth und so ein Kram. Und dann noch etwas für allgemeine, äh, Blood-Gates in Form von D-Barrier. Natürlich gegen T-Elements, auch gegen Despia, eigentlich gegen die meisten Decks. Irgendwie gut, auch gegen, äh, Exorcist, da kannst du Exis deklarieren. Dann könnt ihr auch nicht mehr viel machen. Und dann speziell für T-Elements habe ich noch, äh, Boden einer anderen Dimension gespielt. Ich habe aus Prinzip mich nicht für D-Shifter entschieden, weil ich, äh, weil das die eigene Deck-Strategie ein bisschen killt. Weil Pendel-Monster würden dann auch gebanaged werden. Wenn sie, das heißt, sie kommen ins Extra-Deck, ja. Aber sie werden statt in den Friedhof ins Extra-Deck gelegt. Sie werden nicht von vornherein ins Extra-Deck gelegt. Das ist halt das Problem. Deswegen würde ein Boden einer anderen Dimension die eigenen Pendel-Monster auch wegmachen. Deswegen halt als Falle, weil das kannst du der Gegner schon einfach benutzen, wenn du dein Kombo, wenn du dein Feld einfach schon hast und dann ist es auch egal, meiner Meinung nach. So, und der letzte Removal ist einfach ausgeglichener Zweikampf. Weil wenn der Gegner gerade keinen Spell- und Trap-Negate hat, dann kann der Gegner auch nicht mehr viel machen, meiner Meinung nach. Also diese Karte, die kann so viele Matches entscheiden, das ist halt richtig nice und passt, meiner Meinung nach. So, das war's dann auch schon mit dem Deck an dieser Stelle. Ich würde dann einfach jetzt mal kurz von meinen Match-Ups erzählen und allgemein von meiner Erfahrung bei der YCS. Meine Match-Ups, ich hab fünf Games mitgemacht und dann bin ich nach Hause gefahren. Mein erstes Spiel war gegen einen merkwürdigen Haufen Tier-Element, Despia, Büstel. Es war irgendwie so alles durcheinander so ein bisschen. Ich hab den Würfelwurf gewonnen und durfte anfangen. Ich hab ihn einfach Full-Board hingelegt, Full-Kombo hingelegt. Ich hab ihn dann ab und mit rein die Gates hingelegt. Ich hab ihn Nummer 38 hingelegt. Ich hab ihn Sense hingelegt. Er konnte nichts mehr machen. Er hat doch irgendwie versucht, da was zu machen. Aber dann hat er auch gesagt, nee, komm, lass Game 2 gehen. Können wir nichts machen. Dann hat er angefangen. Ja, er hat mir einen interessanten Sport hingelegt mit sehr vielen Sachen. Ich konnte nicht sehr viel drum spielen. Ich, beziehungsweise doch, ich hab dann Dark Ruler, nee, nee. Doch Dark Ruler, glaub ich, gemacht. Hab ein bisschen von seinem Fate losgeworden. Er hatte dann aber auch noch ein gutes Comeback. Das Ding ist halt, er hat die ganze Zeit gespielt. In der Main Phase 1. Er wollte mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ich guck so auf die Zeit. Oh, du hast nur noch ein paar Sekunden, mein Freund. Und dann ist schon die Zeit zu Ende. Und er ist einfach nicht in die Battle Phase gegangen. Er hätte mich einfach easy killen können für den 1-1. Aber nein. Er macht einfach weiter, weil er nicht gecheckt hat, dass, wenn Time ausgerufen wird, er nicht den Zug zu Ende spielen darf, sondern nur die Phase. Weil das war seine erste YCS. Und das ist ja bei den Locals aber eigentlich genauso. Wenn Time ausgerufen wird, darfst du nur die jeweilige Phase gerade zu Ende spielen. Und nicht den Zug. Und da hat er halt an dieser Stelle verkackt. Ist in der Main Phase einstecken geblieben. Hätte mich nicht mehr burnen können. Ich hatte mehr Life Points als er, weil ich ihn noch ein bisschen Kampfstaden drücken konnte. Und da habe ich an dieser Stelle gewonnen. Zweites Game war gegen Sotsotenji. Da habe ich auch einen Würfelwurf gewonnen. Bin First gegangen. Habe ihn da auch wieder Vollkommung hingelegt. Er hat da auch gesagt, okay, da kann ich nicht drum spielen. Komm, lass Game 2 gehen. Dann hat er angefangen. Er hat mir ein solides Board hingelegt mit zwei Sword Souls. Den Berserker und, ähm, hier sag schon, Baroness, genau. Ich habe auch reingesighted. Ich habe dann noch ausgericht in der Zweikampf eingelegt. Meine Hand war nicht so geil. Aber ich habe dann Dark Ghoulor und, ähm, ausgericht in der Zweikampf gefehlt. Was mache ich? Dark Ghoulor sein Feld. Er kann ja nicht darauf reagieren mit seinen, äh, Monstern. Und dann in der Battle Phase lege ich ihn ausgericht in der Zweikampf hin. Weil das Ding ist halt, hätte ich nicht vorher, äh, Dark Ghoulor gemacht. Hätte er einfach mit Baroness ausgericht in der Zweikampf halt negaten können. Und das wäre ja nicht förderlich gewesen. Ja, und an dieser Stelle konnte er auch nicht mehr viel, äh, machen. Ich habe dann noch ein kleines bisschen was hingelegt. Er konnte aber, er hatte allgemein kaum noch Ressourcen. Er konnte nicht mehr zurück ins Gang kommen. Und dann habe ich ihn einfach OT-Card und bin dann 2-0 rausgegangen. Äh, ich glaube, die nächsten drei Matches handle ich einfach zusammen ab. Ähm, da habe ich nämlich gegen T-Elements gespielt. Jeweils dreimal. Zweimal verloren, einmal unentschieden. Weil einmal habe ich ihn in Ruhe mein Sensenbord hinlegen können. Einen dieser Matches. Und da konnte er auch nichts mehr machen. Aber dann hat er ja nächste Runde mich besiegt. Aber dann haben wir gesagt, ähm, ja, in 30 Sekunden, in ein paar Minuten schafft keiner mehr von uns irgendwas zu machen. Äh, interessanterweise, einer der T-Elements-Spieler hatte diese Handtrap gespielt, womit er Lifepoints generieren kann. Ähm. Ja, aber das hat mich nicht mal viel gejuckt, weil ich konnte die Lifepoints gut runterboxen trotzdem. Ähm, ich habe dann einfach nicht viel gemacht. Ich glaube, ich habe dann nur, äh, Baguska hingelegt. Und das war es dann auch schon. Das heißt, er hat gar nicht mal so viele Lifepoints bekommen. Boah, aber an sich. Aber irgendwann so dreimal hintereinander gegen T-Elements, das ist schon irgendwie nervig. Weil du denkst dann so, du machst den und fällt weg. Und die brauchen nur eine Handkarte und können damit dann wieder 20.000 Sachen machen. Das ist so, mmh. Das ist einfach nicht geil, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich dann an dieser Stelle einfach gesagt, ne, okay. Jetzt dreimal hintereinander gegen T-Elements reicht mir. Ich schaffe es sowieso nicht mehr in den Top-Cut, weil ich dann dann 2, 2, 1 oder 2, 1, 2, wie man es nennen will. Zwei Siege, zwei, äh, Niederlagen, ein Unentschieden. Es war solide für Draco Slayer, meiner Meinung nach. Weil das Deck kann ja eigentlich viel machen. Nur das T-Element ist halt komplett bastelt, weil es auch... Würde es nicht in deiner ersten Runde spielen können, könnte man so viel dagegen machen. Aber du... Da sagst du, ja, ich mache Huffness, ich mülle 5 und dann mache ich in deiner ganzen Runde noch Interaktion. Nicht nur mit einer Handtrap, sondern mit 50.000 Monstern und Interaktionen. So, das ist so... Stop it. Please, get some help. Ja, aber an sich, ich fand die Experience cool. Ich war ja auch mit vielen aus meiner Locals-Truppe da. Habe mich mit einem anderen Kollegen ausgetauscht, der auch Draco Slayer gespielt hat an diesem Tag. Es lief bei uns beiden eher so, meh. Ich stand zwar am Anfang 2-0, er stand 0-2, oder 1-1, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe mich auch mit vielen anderen Freunden halt ausgetauscht. Ich bin dann auch zusammen mit jemand anderem nach Hause gefahren. Ich habe mich mal bei den Ständen da ein bisschen umgeguckt. Man hat auch... Die meisten Matches davon waren auch cool. Abgesehen jetzt vielleicht von einem gegen Tier-Elements. Weil die Leute an sich, die meisten davon sind echt korrekt. Man kann sich nett unterhalten, man kann gut fragen. Man fragt so, wo kommen die Leute her? Ja, es macht echt viel Spaß, damit zu reden. Und ja, man hat auch einige YouTuber da vorbeigelaufen sehen. Also ich habe sie jetzt nicht direkt angesprochen, weil ich dafür zu introvertiert bin, ehrlich gesagt. Aber man hat zum Beispiel Card Journalist gesehen, man hat Julio gesehen. CK hat ja zum Beispiel ein Feature-Match gespielt. Den habe ich leider nicht gesehen, aber war trotzdem cool in einem Feature-Match gesehen. Das habe ich dann geguckt, als ich nach Hause gefahren bin. Also an sich, es war eine nette Erfahrung. Aber ich denke, es waren ja vor allem auch sehr viele ausländische Leute da. Vor allem aus den USA. Da sind sehr viele angereist, nur um dieser YCS mitzumachen. Also so weit würde ich zum Beispiel jetzt für eine YCS meiner Meinung nach nicht gehen. Ich würde höchstens nur, wenn ich jetzt so sagen würde, ja, sie ist so drei, vier Stunden von einem weg. Wie es ja jetzt der Fall war. Ich wohne ja in Aachen. Und Dortmund ist da in zweieinhalb bis drei Stunden gut erreichbar. Von daher habe ich gesagt, komm YOLO, mach mit. Du konntest da easy hinfahren. Also kein Problem. An sich, es war wie gesagt eine sehr, sehr nette Erfahrung. Wenn eine YCS in der Nähe ist, würde ich wahrscheinlich auch nochmal mitmachen. Einfach aus, weil es lustig ist. Aber vielleicht nicht mehr in diesem Format, weil dieses Format ist wirklich eine Qual, meiner Meinung nach. So, ich hoffe, euch hat das in diesem Video gefallen. Ich versuche jetzt auch in nächster Zeit wieder ein paar regelmäßigere Videos zu machen. Vor allem jetzt zu den nächsten Banlisten, die rauskamen, werde ich auf jeden Fall noch ein paar Videos machen. Oder kamen schon Videos raus. Bin mir nicht sicher, wie rum ich das machen werde. Aber ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle gefallen. Und ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Und ciao. Leute.